Die Politik hängt ganz klar auf Platz 3, da wischen sich noch Ben Parker, aber da ist noch nichts vergessen. Jetzt ist der Tag der Vorträgerin, aber super stark heute der Engländer Ben Parker, sicherlich ein Spitzgelauf, das sagt der Vorträgerin. Jetzt mit dem gleichen einzelnen Mannschaftsmeister Martin Skolinski um den letzten vierten Punkt, klar die Führung für Ben Parker, für Produktioner. Jetzt mit den Problemen kommt möglicherweise noch in der letzten Runde auf.